Das ist schon so mitzunehmen an einem Schwimmer, wo ich knapp eine halbe Stunde gespielt habe, weil ich ihm schon drei Stunden lang das gemerkt habe. Ich würde jetzt kommen ab, da könnt ihr ein paar Stunden mehr auch nicht tun. Dann müsst ihr auch nach heute noch ab. Ja, ich wollte heute eigentlich nach... Geschlechtsverkommert haben. Nach den WoW abholenden Baumkuschler. Aber ich meine, du kommst mit Minecraft. Wenn du gerade Minecraft laufen willst, dann passt der doch richtig. Dann müsst ihr doch... Minecraft kriegst du vielleicht ein bisschen mehr Alkohol. Ja, ohnehin. Obwohl ich relativ bisschen Hände drauf sehe. Also, ähm... Komm, ich fröh'n da einfach. Ich fröh'n da einfach. Geh was schon. Ich fröh'n da einfach. Ich fröh'n da einfach. Ich fröh'n da einfach. Ich fröh'n da einfach. Mein Leif-Community. Oh, ach, ich fröh'n da einfach. Ja, ich fröh'n da einfach. Ich fröh'n. Ähm... Als ich relativ... Geht mir, wann es gelieft, Definition, eine Definition, nicht, das, was ihr vielleicht in einem Video oder von Kollegen hören habt, von professionellem E-Sport. Wie gesagt, ich wiederhole, dass ihr eine Hausaufgabe Was ist eine Definition von professionellem E-Sport? Du musst es nicht direkt schreiben, du kannst auch ein paar Dichten nachschreiben, dann haben wir hier so viele Antworten können schon nicht. Ähm, mir fehlt erz. Okay, mir fehlt erz, mir fehlt erz, muss erz, ist er, ja. Ja, nehmt, du kannst auch noch Sachen machen, wir wollen noch rauschmeißen. Geht mir so, oder? Ähm, ne komm, schluck, los, wir wollen einfach dran. Wie gesagt, ich will gerne eher Definition vom professionellen E-Sport. Wann dann auch nach hier im Land gehen sollen, das wäre an der Reihe. Wie gesagt, das ist, ähm, mein Challenge. Wenn, wenn du da am Land, hier eben, Wann hier am Land sagt es, gut. Wenn ihr da gesehen, ja okay, die machen das gut, die machen das perfekt, und ich könnte noch vielleicht ein keer darüber schreiben diskutieren oder wie auch immer ja das war wirklich ein andere gedanke dabei moment selbst trinken weil das ist auch nur serie gemerkt wie gesagt ich schreibe in der advanced lift und dann wann ihr geschrieben wird oder wenn der ganz schlau sieht schreibt man direkt drinnen dabei wie werde ich das so gefroht tun das wäre sogar noch besser wie gesagt das wäre sogar noch besser wenn er das schreibt ja wenn ich zweifeln drinnen dass die mich ich bin da dann in dem fall danach wissen wenn ich das so froh und ich meine nicht dass die mich das danach wissen also ich verstehe aber ich meine die gefunden hat nicht drinnen schreiben die sind nicht über ich mag mir oder man andere leute gut ok dann haben wir heute schon mal eine basis gebaut die basis sowieso da verschwinden die jeweils wenn man ein bisschen rauskippen ja was wir können machen wir können hier zunk rüber zeigen bis bis wenn er so man zeigen bis hier hin gewiss so in das wir hier im platz holen und dann hier rüber passen wir abholen wir den bämmen hier weg ich nehme ich will es heute ein großes hausappartement oder wie auch immer eine wohneinheit zu bauen wirklich eine relativ große wohneinheit tun ich heute will es zu bauen du wängst ich brauche mir heute ein bisschen Platz und du wängst holen wir heute ein bisschen wasch gut Exo intrans ändert Dann machen wir alle ab du lurchdnesst du lurchdnesst du lurchdnesst u lurchdn und ja bis hier hinten, gehen wir dann hier nachsetzen, komm, wir werden einfach hier nachwäscheln. Und natürlich, wir werden in beiden Fällen passen das natürlich in der Welt genau wie die Sachen dachten, wie ich euch an der letzten oder vier letzten Folge so tun, dass das ganz normal, dass es immer so, das geht so gemacht, ähm, ja, schwer ist ja die Fotogestalt, wir nennen es, das sind andere Grüße 2 YouTuber, ja, ich schaue einfach mal andere Grüße 2 YouTuber, weil es auch so gut nach dem, was stimmt, aber nicht an dem Bereich Verscheid machen, ähm, Let's Play, das könnt ihr auch wahrscheinlich, dass noch Let's Playen möcht, aber, ähm, wirklich, am letzten, wo ich sprach schon, behaupten ich einfach nur mal so, ähm, wann da mal den Kontraher könnt, wieder lehren, als ZR in der Reihe, dann, das, da gehen wir schon recht, und wir werden da auch cool, wenn es nicht so wäre, aber, es ist leider traurig, nach meinem, nach meinem Infostand, wo ich aktuell hohen, das ist leider so, dass ich leider, wenn ich traurig fand, die größten Lizeboisch Spruche schon, ob Lizeboisch Möscht, gell, nicht ob Franzisch, Englisch, Deutsch, Portugiesisch, Spurnisch, oder wegen Spruch, da immer auch noch kennt, japanisch, ähm, so weiter, den größten Lizeboisch Spruche schon YouTuber, den du Lizeboisch Möscht. Laut meinen Infos, die ich aktuell hohen, ähm, okay, also in der Reihe, gib ich so einen, hauen wir immer dann tatsächlich den Zungen so rundherum, ich erkläre, dass ich auch noch wirklich noch ganz weit viel, vielleicht, dass ich das traurig fand, traurig an der Hinsicht, weil sonst kein Ähnung an die Meisterblitzeboisch, weil die Meistern auch fein aussehen, aber wann so Blitzeboisch machen, ja, meh, da sind einfach wenig Leute, wo das gucken, da manche, da aber lieber nicht, weil sie aber gern viel Audience hat, und das ist tatsächlich schon ein Thema, wo ich euch, ne, ja, eigentlich auch, meh, wie einmal, ähm, aufgeschwärt hat an, äh, meine Videoen, und, ja, das fand ich dann traurig, und wirklich, so wie soll es sein, hm, was ist das so gewischt? Nicht, dass es die Fenster ist, das ist irgendwie schütz, ähm, ja, ja, da fand ich wirklich tatsächlich traurig, dass ich da am Land dann die größten Blitzeboischspruchsche YouTuber wäre, wie gesagt, ich fand ihn ein bisschen traurig, an enger, engerseits sind ja auch hoferisch, das ist nicht fair, aber ich gibt eigentlich mehr traurig, weil, wie das hoferisch wäre, so, nicht ehrlich, und pass mal noch, pass mal noch, okay, ich tue uns auch noch, alles gut, weil, ja, weil, ja, ich liebe sowas, weil du sagst, das heute werde ich machen, kann wirklich tatsächlich alle, einfach mit, äh, zwei funktionierenden Daumen machen, aber ich fand immer noch traurig, dass die Menschenleute nicht machen, ebenso, ähm, ob, ähm, Erfolg, Geld, Ruhm oder wie auch immer aussehen, weil, das ist so, das ist auch in der Hinsicht, also nicht, nicht verwerflich, wenn es dir nur ein bestimmtes Prinzip geht, und du willst auch irgendwie ein bisschen weiterverfolgen, kannst du, kannst du auch mal nicht sagen, ja, weil, ja, aber, ja, das ist aber schlauern, heute, ähm, obwohl es tatsächlich ist das was, wenn es anders ist, und, nur das, ich so ankte, aber, ja, nicht schön, extrem, dass es Spaß macht, Menschen, die Leute sind eben für, äh, ein Moment, Ab, ab, weil die Geld haben, oder schlauern kann, so viel Geld nicht verdienen, weil sie auch hier im Land nicht hinkriegen, weil hier im Land mindestens wieder bis heute was dann sonst einfach nur mal mir, meine Community, machen, dass das wirklich, wirklich immens, immens schwer durchzuzählen, durchzuhalten und auf den langen Atem zu holen. Der wenigstens, was ich verstehe, was ich nicht möchte, lasst uns mal auf den Schlaf gehen, was ich verstehe, was ich möchte, aber ich möchte einfach, weil ich zu viel machen will, weil ich Spaß nicht möchte und nicht, weil ich Geld nicht verdiene. Das ist Wahnsinn. Dafür muss ich tatsächlich relativ gut Sponsoren haben, oder gut Spocken können, für gut Sponsoren zu kriegen, an dem Endeffekt, nein, ich lese schon dafür, oder nicht viel, oder wirklich nur Leute blenden, indem das dann Bullshit macht, das geht auch, so kann ich auch tatsächlich, die Leute werden durchzuzählen, aber ich denke, dass sie da eben die komplette YouTube-Szene respektive, YouTube, ähm, so nicht nur, Let's Play-Szene, oder generell alles verdienen, was elektronisch im Sport zu dienen wird, egal wie ihr das wollt, komplett die neue Generation, die wir haben, dann können wir schauen, ob wir sie machen, zählen wir mal den Dreck, und das ist mein Persinger-Spielung, oder so. Und, erst gehen wir schlafen, Moment, eh, und dann, pass mal auf. So. 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 Vielen Dank.